so also ich sag mal herzlich willkommen zu einer weiteren folge von wir laufen durch den wald heute wieder mit dabei und unser ziel sind heute ja letztendlich zwei bunker die im moment in der szene auch recht gut rumgehen nur den pin zu kriegen ist nicht so leicht angeblich müssen wir runter So, den Zugang haben wir gefunden. Wir machen jetzt noch den da bereit und dann geht's rein. Ich packe euch an den Helm, los geht's. 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 Vielen Dank.